Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der südafrikanische Krügerrand, wer kennt ihn nicht? Jedenfalls der südafrikanische Krügerrand ist mit über 60 Millionen abgesetzten Einheiten die am meisten gehandelte Goldmünze der ganzen Welt. Und vor allem in Deutschland ist der Krügerrand als Anlagemünze in Gold überaus beliebt. So hat die deutsche Presseagentur vor einiger Zeit berichtet, dass in den vergangenen zwölf Monaten bis Ende November 2021 über 560.000 Feinunzen Gold in Form des Krügerrand nach Deutschland exportiert wurden. Und das sind mehr als 80 Prozent des gesamten Exportes, der bei über 700.000 Feinunzen liegt beim Krügerrand. Aber mehr noch, im dritten Quartal dieses Jahres ist in Deutschland die Goldnachfrage gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent auf 42 Tonnen gestiegen und wohlbemerkt, hier ist nur von der Nachfrage nach Anlagegold, nach Barren und Münzen die Rede. Jedenfalls nimmt Deutschland mit diesem Nachfragevolumen weltweit den vierten Platz hinter China, der Türkei und Indien ein und nebenbei bemerkt erreichte die Goldnachfrage, die deutsche Nachfrage nach Anlagegold in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 2022 mit gut 131 Tonnen ein neues Rekordhoch. Zumindest auf Deutschland bezogen kann man also durchaus sagen, dass hierzulande ein deutlich abnehmendes Vertrauen der Bürger in die Regierung besteht. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw formuliert es einmal so, dass wenn Regierungen unehrlich oder unwissend sind oder beides zugleich, dass es dann keine Sicherheit gibt, außer in einer Währung aus Edelmetall. Aber kommen wir noch einmal zurück zum Goldkrügerrand. Und zwar, ja, was heißt und zwar? Zum Goldkrügerrand als die am meisten gehandelte Goldmünze der Welt. Und damit kommen wir dann zur Goldproduktion in Südafrika. Nicht wenige Menschen dürften Südafrika noch als weltgrößten Goldproduzent in Erinnerung haben, ob der prächtigen Vergangenheit Südafrikas. Jedenfalls ist Südafrika schon seit über 15 Jahren über diesen Status hinausgewachsen und zwar dahingehend, dass Südafrika diesen Status verloren hat. Allein von 2011 bis einschließlich 2021 ist die südafrikanische Minenproduktion um weit über 40 Prozent gesunken. Und diese Tatsache lässt sich nicht nur auf Streiks und auf Stromausfälle zurückführen, wie gerne und oft behauptet wird. Im Großen und Ganzen lässt sich der Produktionsrückgang nämlich damit erklären, dass der Bergbau in immer größeren Tiefen fortgeführt werden muss und damit sozusagen irgendwann ganz einfach Schluss ist, um es einmal ganz platt auszudrücken. Und rückläufige Mineralisierung im Gestein und das Ausbleiben neuer, substanzieller Goldfunde tragen auch nicht unwesentlich dazu bei, um die Produktionszahlen negativ zu belasten. Nach den aktuellen Zahlen ist es so, dass die Goldproduktion in Südafrika zuletzt im Oktober 2022 gegenüber dem Vorjahr um über 6 Prozent gesunken ist und auch in den fünf Monaten zuvor war die Goldproduktion bereits zweistellig, also deutlich gesunken. Es ist heute spät, ohne Kaffee geht es nicht. Nun darf jedoch eines nicht unerwähnt bleiben, dass es nämlich die steigende russische Goldproduktion ist, die unter anderem die sinkende südafrikanische Goldproduktion kompensiert. So ist die russische Goldproduktion von 2011 bis einschließlich 2021 um etwa die Hälfte gestiegen. Überhaupt gewinnt die russische Goldproduktion immer mehr an Bedeutung und steht weltweit auf dem dritten Platz hinter China und Australien. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, denn die London Bullion Market Association, die LBMA als weltweit größter Handelsplatz für Edelmetalle, hat bereits vor einiger Zeit diverse russische Raffinerien vom Handel ausgeschlossen. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass eine zunehmende Verlängerung der Liefer- und Handelsketten zwangsläufig zu immer mehr Handelsaufschlägen durch mehr Zwischenhändler führen muss. Denn das russische Gold ist nun einmal notwendig, um die Gesamtnachfrage nach Gold befriedigen zu können. So einfach ist das. So wie ich das sehe, sollte man also auch trotz aktuell relativ hoher Aufgelder weiterhin physische Ware erwerben, insofern man von Gold als Mittel zum langfristigen Werterhalt überzeugt ist. Und ganz nebenbei bemerkt, liegen die Gesamtkosten für eine Unze Gold inzwischen bei annähernd 1.300 US-Dollar und diese Kosten steigen bereits seit vielen Jahren im Großen und Ganzen sukzessive an. Das heißt, sollte der Goldpreis, ob der Papiermarktspekulationen kurzfristig einmal tatsächlich in den Bereich der genannten Gesamtkosten fallen, dann könnte sich hier eine gute Kaufgelegenheit auftun. So viel von meiner Seite. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt gerne einen Kommentar mit eurer Meinung unter dieses Video. Darauf bin ich wirklich sehr gespannt. Einstweilen noch mehr über Gold, aber auch über Silber, Platin und Palladium als Wertanlage. Das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem Bestseller inzwischen. Das Abenteuer Edelmetalle. Hier steht alles drin, was man über Edelmetalle wissen muss. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Das hilft mir enorm weiter, weiterzumachen, mehr Videos für euch zu machen. Ganz genau. Und ja, einstweilen ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Macht's gut. Macht's gut.